Musik Bei Wahlen ist es wichtig, dass alle Menschen, die wählen wollen, auch wählen können. Um das zu ermöglichen, gibt es zusätzlich zur Wahl in einem Wahllokal die Brieffahl. Dafür werden die Wahlzettel schon vor dem Wahltag zu den Wählern und Wählerinnen, die das möchten, nach Hause geschickt. Das nutzen zum Beispiel Ältere, Kranke oder Menschen mit einer anderen Einschränkung. Für sie ist es einfacher, von zu Hause aus zu wählen, anstatt extra in ein Wahllokal gehen zu müssen. Eine Briefwahl ist aber auch wichtig für Menschen, die am Tag der Wahl keine Zeit haben, weil sie zum Beispiel im Ausland sind oder weil sie arbeiten müssen. Auch sie haben so die Möglichkeit, schon vor dem eigentlichen Wahltag per Briefwahl ihre Stimme abzugeben. Bei Wahlen ist es wichtig, dass alle Menschen, die wählen wollen, auch wählen können. Um das zu ermöglichen, gibt es zusätzlich zur Wahl in einem Wahllokal die Brieffahl. Dafür werden die Wahlzettel schon vor dem Wahltag zu den Wählern und Wählerinnen, die das möchten, nach Hause geschickt. Das nutzen zum Beispiel Ältere, Kranke oder Menschen mit einer anderen Einschränkung. Für sie ist es einfacher, von zu Hause aus zu wählen, anstatt extra in ein Wahllokal gehen zu müssen. Eine Briefwahl ist aber auch wichtig für Menschen, die am Tag der Wahl keine Zeit haben, weil sie zum Beispiel im Ausland sind oder weil sie arbeiten müssen. Auch sie haben so die Möglichkeit, schon vor dem eigentlichen Wahltag per Briefwahl ihre Stimme abzugeben. Bei Wahlen ist es wichtig, dass alle Menschen, die wählen wollen, auch wählen können. Um das zu ermöglichen, gibt es zusätzlich zur Wahl in einem Wahllokal die Briefwahl. Dafür werden die Wahlzettel schon vor dem Wahltag zu den Wählern und Wählerinnen, die das möchten, nach Hause geschickt. Das nutzen zum Beispiel Ältere, Kranke oder Menschen mit einer anderen Einschränkung. Für sie ist es einfacher, von zu Hause aus zu wählen, anstatt extra in ein Wahllokal gehen zu müssen. Eine Briefwahl ist aber auch wichtig für Menschen, die am Tag der Wahl keine Zeit haben, weil sie zum Beispiel im Ausland sind oder weil sie arbeiten müssen. Auch sie haben so die Möglichkeit, schon vor dem eigentlichen Wahltag per Briefwahl ihre Stimme abzugeben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.